Ich bin Tracy Anderson und heiße euch herzlich willkommen bei meinem neuen Workout-Programm TAVA. Dieses Workout integriert das Tanzen wie noch kein anderes zuvor. Hoher Kalorienverbrauch bei geringer Intensität. Dafür habe ich mich mit meinem alten Freund zusammengetan, dem legendären Choreografen Tony Gonzalez. Lasst uns anfangen. Wir beginnen mit einem vierminütigen Warm-up. Hüpfen. Links. Und Party zum Schluss. Super. Lasst eure Energie freien, Love. Los geht's. Top 5, 6, 7, 8. L 2, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 300, 3, 1 3, 2, 2, 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020